Das Spiel ist im Endeffekt so gelaufen, wie ich es mir gedacht habe. Es war eng, emotional, zwei gute Mannschaften. Dass Winfried Kray hier zu Hause eine brutale Qualität hat, ein guter Kader ist und dass es vielleicht nicht das schönste Fußballspiel werden würde heute, war mir von vornherein klar. Aber ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft, weil wir es geschafft haben, Winfried Kray mit den eigenen Mitteln zu schlagen, über Leidenschaft und Emotionalität, dann im richtigen Moment auch kühlen Kopf zu bewahren und das haben sie richtig gut gemacht heute. Am besten, indem wir uns ab Dienstag ganz konzentriert auf das nächste Spiel gegen Katernberg vorbereiten. Das ist eine Mannschaft, die hinten drin steht, mit dem Rücken zur Wand, die werden auch kämpfen, alles rausholen, versuchen uns ein Bein zu stellen und darum ist es wichtig, dass wir uns darauf vorbereiten und jetzt nicht meinen, nur weil wir ein Spitzenspiel gewonnen haben, dass das alles Selbstläufer sind. Wir müssen uns jeden Sieg hart erarbeiten und da werden wir Dienstag dann wieder dran anknüpfen und drei gute Einheiten machen und versuchen, nächste Woche Sonntag wieder genauso viel Leidenschaft an den Tag zu legen und das nächste Fußballspiel zu gewinnen. So geht es weiter.